Und wir wollen das Thema Ukraine-Krieg weiter vertiefen. Zugeschaltet ist nun General AD Reinhard Wolski an diesem Sonntagmorgen. Guten Morgen, Herr Wolski. Guten Morgen, Herr Hitler. Kiew erhöht also den Druck auf Berlin wegen der Taurus-Marschflugkörper. Wie wichtig ist tatsächlich diese Rakete für die Offensiven gegen Putins Truppen? Also dieser Marschflugkörper ist essentiell wichtig. Wir haben es ja bei unseren britischen und französischen Verbündeten bereits gesehen, die aus Storm Shadow und Skype geliefert haben. Aber dieses System ist wirklich geeignet, sehr präzise russische Führungsbunker, logistische Einrichtungen etc. zu bekämpfen, um den Nachschub und natürlich auch die Führungsfähigkeit C3 der Russen nachhaltig zu schwächen. Untertitelung des ZDF, 2020